Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem heutigen Kurzwebinar zum Thema Optimierung und Sicherung der Liquidität in Zeiten der Corona-Krise. Lassen Sie mich bitte mit einem persönlichen Hinweis starten. Ich hoffe, dass es Ihnen, Ihren Familien und Ihren Kolleginnen und Kollegen gesundheitlich gut geht und dass Sie und Ihr Unternehmen in den kommenden Wochen und Monaten so gut wie möglich durch diese unruhigen und schwierigen Zeiten durchkommen werden. Vorab auch noch ein redaktioneller Hinweis. Soweit Sie Fragen haben, können Sie sich gerne jederzeit entweder telefonisch oder per E-Mail an mich wenden. Meine Kontaktdaten finden Sie hier auf der rechten Seite der Folie oder auch am Ende der Präsentation. Mein Name ist Karsten Ernst. Ich bin Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und einer der geschäftsführenden Gesellschafter der Wirtschaftstreuhand GmbH und freue mich sehr, Sie heute durch das Webinar führen zu dürfen. Die Wirtschaftstreuhand GmbH ist eine mittelständische Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberater mit aktuell rund 130 Mitarbeitenden an vier Standorten in Deutschland. Lassen Sie uns nun einen kurzen Blick auf die Agenda unseres heutigen Kurzwebinars werfen. Nach einer Beschreibung der aktuellen Ausgangssituation der deutschen Wirtschaft werden wir in den folgenden Kapitel die Maßnahmen vorstellen, die unseres Erachtens, je nach Intensität der Liquiditätskrise, zur Sicherung und Optimierung der Zahlungsfähigkeit in den kommenden Wochen und Monaten genutzt werden können. Diesen Maßnahmenkatalog haben wir dabei in die folgenden vier Bereiche gegliedert. Zunächst die Maßnahmen im Finanzierungsbereich, dann Maßnahmen im Personalbereich, anschließend Maßnahmen im Steuerbereich und dann noch eine Zusammenfassung weiterer möglicher Maßnahmen zur Sicherung und Optimierung der Liquidität in Zeiten der Corona-Krise. Anschließend gehen wir dann noch ein auf einige Voraussetzungen, welche bei der Inanspruchnahme einzelner Maßnahmen erfüllt werden müssen. Im letzten Kapitel erfolgt noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache in Bezug auf die Übernahme unserer Corona-Beratungsleistungen seitens dem BAFA. Ja, dann kommen wir nun ganz kurz zur aktuellen Ausgangssituation der deutschen Wirtschaft. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute sowie hier der IFO-Geschäftsklima-Index im März 2020 erwarten aktuell wegen der Corona-Krise eine schwerwiegende Rezession in Deutschland. Einige gehen von der schwersten Rezession in der deutschen Nachkriegsgeschichte aus, wenn nicht sogar darüber hinaus. Neben zahlreichen anderen Fragen gehört damit dann wohl die Sicherung und Optimierung der Liquidität zu den größten unternehmerischen Herausforderungen in den kommenden Wochen und Monaten. Im Folgenden wollen wir Ihnen daher einen ersten kurzen Überblick geben über grundsätzliche Maßnahmen, um Ihre Liquiditätssituation zu optimieren und die diesbezüglich seitens Bund und Länder geschaffenen Möglichkeiten optimal zu nutzen. An der Stelle auch noch kurz der Hinweis, dass diese Aufzählungen nicht abschließend sind und die Ausführungen in diesem Kurzwebinar generell lediglich der allgemeinen Information dienen und keine rechtliche oder sonstige Beratung für konkrete Einzelfälle darstellen. Kommen wir nun zunächst zu den denkbaren Möglichkeiten und Maßnahmen zur Sicherung und Optimierung der Liquidität im Finanzierungsbereich. Zentral ist hier natürlich vor allem die Prüfung der möglichen Inanspruchnahme von Zuschüssen, sowohl auf Länder als auch auf Bundesebene, sowie die Frage der Inanspruchnahme von KfW-Krediten. Die KfW hat ja hier erst vor kurzem den sogenannten KfW-Schnellkredit in ihr Programm aufgenommen. Der wesentliche Unterschied des KfW-Schnellkredits im Vergleich zu den anderen KfW-Krediten besteht dabei in der hundertprozentigen Haftungsfreistellung der Hausbanken. Vorne hat die KfW dann noch im Rahmen ihres KfW-Sonderprogramms Corona-Hilfen bereits bestehende Kredite deutlich angepasst, also im Wesentlichen die Konditionen und Kriterien der bestehenden Kredite im Rahmen jetzt der Corona-Krise entsprechend erleichtert und angepasst. Gut, neben der Frage der Inanspruchnahme von KfW-Mitteln und Zuschüssen auf Bundes- und Landesebene geht es natürlich auch um die Frage der Verhandlungen und Gespräche mit den bereits finanzierenden Hausbanken in Bezug auf die aktuell bereits bestehenden Finanzierungen. Im Mittelpunkt dieser Gespräche sollten aus unserer Sicht natürlich vor allem stehen die Möglichkeiten der Ausweitung des Kreditrahmens, die Diskussion oder die Abstimmung über mögliche Tilgungsaussetzungen mit den finanzierenden Hausbanken und nicht zu vernachlässigen ist mit Sicherheit auch die Frage der Neuverhandlung eventueller Finanzkennzahlen, sogenannter Financial Covenants. Neben der Unterstützung seitens KfW und finanzierenden Banken stellt natürlich auch die Frage der Unterstützung seitens der Gesellschafter im Mittelpunkt der Stärkung der Liquiditätssituation. Hier geht es beispielsweise um die Reduzierung von Ausschüttungen, entweder Reduzierung oder zeitliche Verschiebung, Aussetzungen von Ausschüttungen an Gesellschafter, sowohl Ausschüttungen als auch Entnahmen oder auch um die Gewährung von Gesellschafterzuschüssen zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen. Soweit möglich. Auch sinnvoll im Finanzierungsbereich sich Gedanken über mögliche Sale-and-Lease-Back-Transaktionen zu machen. Soweit mal ein kurzer Überblick über mögliche Maßnahmen und Instrumente zur Optimierung der Liquiditätssituation im Finanzierungsbereich. Kommen wir nun zu den Maßnahmen im Personalbereich. Eines der wichtigsten Instrumente im Personalbereich ist mit Sicherheit die Einführung von Kurzarbeit und die Beantragung von Kurzarbeitergeld unter Inanspruchnahme der Erleichterungen während der Corona-Krise. Im Falle von Betriebsschließungen oder von beruflichen Tätigkeitsverboten, soweit diese eben behördlich veranlasst worden sind, stellt sich dann auch hier die Frage nach der Beantragung von entsprechenden Entschädigungen bei den zuständigen Behörden. Zuständige Behörden sind hier in der Regel die Gesundheitsämter auf Landesebene. Ferner ist hier eine Maßnahme im Personalbereich der Antrag auf Stundung der Sozialversicherungsbeiträge bei den jeweils zuständigen Krankenkassen und letztlich eben auch leider die Frage des Personalabbaus, soweit eben auf Basis der integrierten Unternehmensplanungen von einem wirklich nachhaltigen Umsatzrückgang auszugehen ist. Kommen wir nun noch zu den Maßnahmen im Steuerbereich oder zu einem ersten Überblick über die denkbaren Maßnahmen im Steuerbereich, um die Liquidität weitestgehend zu sichern und zu optimieren. Den ersten Punkt, das haben bestimmt die meisten Unternehmen auch schon gemacht, ist der Antrag auf die Herabsetzung der Steuervorauszahlungen und der Rückerstattung der im ersten Quartal bereits geleisteten Steuervorauszahlungen. Es geht hier auch um die Erstattung der Umsatzsteuersondervorauszahlung in Fällen der Dauerfristverlängerung. Weitere Maßnahmen sind Antrag auf zinslose Stundung von eventuellen Steuernachzahlungen sowie der Antrag auf Erlass oder Minderung von Säumnis- und Verspätungszuschlägen. Auch im Bereich der Maßnahmen im Steuerbereich angesiedelt sind die Möglichkeiten zur beschleunigten Nutzung steuerlicher Verluste sowie die Maßnahmen zur beschleunigten Nutzung von Vorsteuerüberhängen. Letztlich auch möglich und denkbar ist ein Antrag auf Verschiebung von Betriebsprüfungen aufgrund angespannter Personalsituation während der Corona-Krise. Kommen wir jetzt noch abschließend zu einer Zusammenstellung weiterer denkbarer Maßnahmen, wenn es darum geht, in den kommenden Wochen und Monaten die Liquidität zu sichern oder zu optimieren. Das ist nur ein Auszug denkbarer Maßnahmen. Je nach Unternehmen, je nach Branche, je nach Situation des Unternehmens sind mit Sicherheit auch noch weitere Maßnahmen denkbar und möglich. Zum einen geht es um die Frage der Einleitung eines Kostensenkungsprogramms, natürlich mit dem Schwerpunkt auf sehr liquiditätsnahen Kostensenkungen. Es geht um die zeitliche Verschiebung nichtbetriebsnotwendiger Investitionen, den Verkauf von nichtbetriebsnotwendigen Vermögenswerten, die Frage der Optimierung der Lagerbestandshaltung, auch die Frage nach der Optimierung der Rechnungsstellung und der zeitnahen Fakturierungen. Es geht um die Frage der Optimierung des Mahnwesens und des Förderungseinzugs. Die Möglichkeiten zum Einsatz von Factoring, also Verkauf von Förderungen, sollten geprüft werden. Soweit möglich Anzahlungen eingeholt werden und Zahlungsziele bei Eingangsrechnungen möglichst ausgenutzt werden. Soweit abschließend eine kurze Zusammenstellung weiterer denkbarer Möglichkeiten und Maßnahmen zur Liquiditätsoptimierung. Nach der Darstellung der unterschiedlichen Möglichkeiten zur Liquiditätsoptimierung in Corona-Zeiten gehen wir nun noch darauf ein, welche Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der dargestellten Maßnahmen erfüllt sein müssen. Die Voraussetzungen sind insbesondere bei der Beantragung von Zuschüssen, von KfW-Krediten, aber auch bei den Gesprächen mit den finanzierenden Hausbanken bezüglich der Ausweitung des Finanzierungsvolumens oder in Bezug auf Tilgungsaussetzung von entsprechender Bedeutung. Und zwar, und das ist uns besonders wichtig, darauf hinzuweisen, nicht nur aktuell im Rahmen der Beantragung dieser Zuschüsse oder Kredite oder Hilfsmaßnahmen, sondern insbesondere auch, um bei eventuellen Prüfungen in Nach-Corona-Zeiten diese Corona-bedingten Anspruchsvoraussetzungen entsprechend klar und transparent nachweisen zu können. Gut, bei den Voraussetzungen sind aus unserer Sicht drei Bereiche zu trennen. Zunächst geht es darum, dass man einfach sich mal einen sogenannten Corona-Risiko-Bericht erstellt. Da geht es einfach um den Nachweis der Corona-bedingten und unternehmensindividuellen Risiken und Belastungen. Das muss jetzt in den meisten Fällen kein umfangreicher, mehrseitiger Bericht sein. Das kann man oft relativ schlank auf zwei bis drei Seiten sehr strukturiert darstellen, in welchen Bereichen eben es zu entsprechenden Corona-bedingten Belastungen des Unternehmens gekommen ist oder in Zukunft noch kommen wird. Neben dem Corona-Risiko-Bericht geht es aus unserer Sicht auch darum, eine belastbare Analyse der Ist-Situation vorzunehmen. Es geht eben um das Thema der finanzwirtschaftlichen Darstellung der aktuellen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Auf beidem Aufbauen, sowohl auf der Risikobeschreibung im Rahmen des Corona-Risiko-Berichts als auch auf Basis der Analyse der Ist-Situation, kommt dann im dritten Schritt der Schwerpunkt, nämlich eine sogenannte integrierte Unternehmensplanung zu erstellen. Natürlich aufgrund der hohen Unsicherheit in den aktuellen Zeiten kann diese Unternehmensplanung nur in unterschiedlichen Szenarien vorgenommen werden. Das heißt, es kann natürlich keine Einpunktplanung sein, sondern eine Unternehmensplanung, die unterschiedliche Szenarien abbildet und in der man auch durch die Variierung unterschiedlicher Eingangsparameter, sogenannte Sensitivitätsanalysen durchführt. Bestandteile der integrierten Unternehmensplanung sind eben, wie generell üblich, die Planbilanz, eine Plangewinn- und Verlustrechnung sowie eine Plan-Cashflow oder Plan-Liquiditätsrechnung. Ja, wie gesagt, ist diese Dokumentation oder sind diese Nachweise zum einen erforderlich für die nachträgliche Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere bei der Inanspruchnahme Corona-bedingter Instrumente und Erleichterungen. Aber diese Voraussetzungen dienen natürlich auch der Untermauerung unternehmerischer Entscheidungen in unsicheren Zeiten ganz generell. Gestatten Sie mir bitte abschließend noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Aufgrund unserer Registrierung als Corona-Berater beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle werden die von uns erbrachten Leistungen in Verbindung mit der Corona-Krise bis zu einer Höhe von maximal 4.000 Euro zu 100 Prozent vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle erstattet. Voraussetzungen, die dabei zu beachten sind, sind zum einen, dass das beratende Unternehmen eben negativ von der Corona-Krise betroffen ist, dass die KMU-Größenkriterien eingehalten werden und dass es durch den Zuschuss zu keiner Überschreitung der maximalen Beihilfen in Höhe von 200.000 Euro kommt. Die Beantragung ist relativ einfach und unbürokratisch möglich. Gut, damit wären wir schon am Ende unseres Kurzwebinars zur Sicherung und Optimierung der Liquidität in Corona-Zeiten angekommen. Wie gesagt, bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit entweder telefonisch oder per E-Mail direkt an mich wenden. Abschließend wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute für die kommenden Wochen und Monate. Kommen Sie beruflich und persönlich so gut und sicher wie möglich durch diese unruhigen Zeiten. Bleiben Sie gesund, passen Sie gut auf sich auf und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.